Ich lasse das extra durchlaufen, einfach nur um nichts zu verfälschen. Und, supermove. Warum können die Bösen das immer so cool? Ah ja. Warum bin ich eigentlich der Heini? So, wenn ich es so mache, dann absorbiere ich sie und wenn ich rechtzeitig davor drücke, dann schleuere ich sie zurück. Boom! Ja, das ist der erste Kampf. Also es gibt natürlich noch ein paar mehr Stages, so Formen, kann man natürlich auch zu den Sachen sagen. Aber im Großen und Ganzen ist es das vorerst. Jetzt liegen die da drüben, jetzt müssen wir wieder eine Brücke bauen, da draus. Und dann können wir hier hinüber. Darth Maul war früher immer mein Lieblingsschurkel von Star Wars. Habe ich immer gern genommen, bei etlichen Spielen, auch hier zum Beispiel. Und auch in Star Wars Battlefront 2, da habe ich ihn auch gerne, sehr gerne benutzt. Der war immer cool. So, hör auf zu laggen hier, das ist doch unfassbar. 18 Frames, jetzt sind wir wieder 40. Meine Güte, unglaublich. Oh Gott. Nein, das war doof. Nein. Oh, shit. Mist. Egal. Na komm, so. Ach ja, Mensch, ach doch. Hätte ich den da einsammeln können, aber naja, komm. Wir müssen eh alle Level nochmal machen, weil wir sie eh nochmal neu durchzocken müssen für einen goldenen Stein. Also ist das nicht so wild. Ist mir halt ärgerlich, dass ich das jetzt erst gesehen habe. So, und da haben wir wieder etwas mit. Ach, hier haben wir wieder. So, den Scheiß können wir hier. So. Was ist denn hier los? Nein. Ach, egal. Obwohl. Hier nehme ich mit. Ja. Einsammeln. Da. So, hier habe ich gleich, ich glaube hier brauche ich ungefähr 30.000, denke ich mal. Das kann man eigentlich immer ganz gut, oder einigermaßen gut erkennen. Hör auf zu laggen. Gleich stürzt es bestimmt das Spiel ab. Alter. Der ist Levelmarker nicht entscheidend. Ne, Moment. Gleich fährt, fliegt das jetzt. Oh, oder auch nicht. Jetzt schwebt das Vieh. Aber, so richtig, naja. Geht. Ich dachte, jetzt fliegt das Ding los. Aber nein. Okay. Dann einmal noch hier rauf. Mach hinne. Nö, ich bin auf der falschen Seite. Egal. Nur Sturmtruppen. Und hier wird es auch später noch super coole Sachen geben. Also, das werde ich euch noch. Das habe ich, glaube ich, im... Bei Lego Go Parals of the Caribbean schon erwähnt. Ähm. Ah, jetzt flüchtet er schon wieder. Ach ja. Aber auf jeden Fall wird es das Spiel dann auch geben. Wird noch lustig. Also, das Spiel, hier gibt's... Im ersten, äh, Film sind noch nicht so viele Sachen. Ach ja. Kann man noch nicht so viele Sachen machen. Es gibt noch etliche... Möglichkeiten in diesem Spiel. Das ist wirklich faszinierend. So, zwei Stunden nehme ich jetzt gerade schon auf. Das ist ziemlich viel eigentlich. Vor allem dafür, dass ich vorher schon... Äh, ungefähr eine Stunde aufgenommen habe. Ah, nee. Doch. 50 Minuten waren das ungefähr. Uah. Der macht einfach mal so einen super coolen, super... Mega-Move da. Und lässt mich auch alt aussehen. Du, Missgeburt. Ach ja, genau. Hoch kommt man da ja nur als... So ein... Allerdings... Ach ja, ich dachte, ich bin noch nicht... Ich krieg das gar nicht... Ich krieg das nicht hin mit... Den Dings. Aber ich denke schon, dass ich das hinkriegen sollte. Nur Sturmtruppen. Hey. Okay. Laufen und springen. Yippie. Und er flüchtet schon wieder. Nein. Du Feigling, komm zurück. Und weg ist das Ding. Bom, 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 bom. Ja, jetzt auch. Roger, roger. Dann... Alles roger und komm, butter. Rums. Rums. Und jetzt kommen mir wieder Gegners. Was? So. Bom. Bom. Oh Mann, ihr blöden Missgeburten. Rums. So, ich bin beinahe tot. Wow. Nicht läng. Oh Gott, das ist der Hohl. Verdammt. Warum kommen da fünf? Das sind mir zu viele. Leute, wie viele willst du denn noch sammeln, er rufen? So, jetzt müssen wir uns hier durchschnitzeln, schnetzeln, schnutzeln. So, komm. Ja, ja. Meine Fresse. Ich drück die ganze Zeit nur noch auf X. Öh, diesen... So, komm, komm, komm. Arschloch. Nein. 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 Ich hasse diese Dinger. Ich hasse sie so sehr. Ich könnte sie echt töten. Aber ich muss es ja eh tun, also naja. Ich sammle mal den Rest noch nicht ein. Digga. Was? Lenk sie mal ab. Wie war. Junge, du sollst einen scheiß Move nach unten machen, du Missgeburt. Oh, Mann. Ich hatte doch noch zwei Herzen. Das ist richtig kacke. Man hat gleich einen Doppelschaden und ich... Digga, ich hatte eben verdammte 23.000. Und jetzt bin ich schon wieder nur noch bei 21.000, weil die einfach zu... zu derbe sind die Dinger. Ich hasse sie. Okay. So. So. Toll. Hätte ich das Ding gesehen, dann wäre ich da... Hätte ich den erst eingesammelt und... Toll, nochmal. Warum ist da kein Tausender, bitte? Was ist denn das für ein billiger Scheißdreck? Ehrlich, Mann. 27.000. Na, super. Und ich werde, glaube ich, keine 30.000 mehr kriegen. Stell dich da drauf. Mein Gott. Ach, ja. Digga, was war das denn, bitte? Spring doch einfach ein zweites Mal. Okay. 1.000 verloren. Digga. Bist du eigentlich behindert? Anstatt einfach zweimal in der Luft zu... Teiltes Mal in der Luft zu springen, ne? Ach ja, die machen ja auch noch... Die gibt's auch noch mal. Möglichkeiten... Bisschen Geld zu sammeln, aber ich denke mal, das ist das... Dass hier nix mehr... Nix Großartiges mehr kommt. So. Geldtechnisch. Das ist, glaube ich, nicht so der große Jackpot hier, also... Mal schauen, wie weit ich komme, wie viel ich bekomme. Obwohl, obwohl, na, krieg ich vielleicht doch noch hin. Was ist, glaube ich. Und... Was ist, glaube ich... Was ist, glaube ich...